Schädel werden von Schulter zu Schulter gerollt, Arme gelockert, Hände ausgeschüttelt. Ich stecke mir den Zahnschutz in die Schnauze, beiße drauf. Die Nervosität ist nur noch ein Nachgeschmack. Wir stellen uns in drei Reihen über die Breite des Weges. Das Adrenalin beginnt durch meinen Körper zu pumpen. Die Truppe stampft los. Axel und Ulf einen Schritt vor uns, Kai und Jojo neben mir. Sie kommen in Trott, sie brüllen. Huren Hanoi, Huren Hanoi! Einige retten dabei die Fäuste. Auch wir beschleunigen jetzt. Auf festem Tritt achten. Braucht einen festen Untergrund, wenn es zum Aufprall kommt. Sie laufen. Wir auf! Nicht stolpern jetzt. Gleich. Ich spüre Hände im Rücken, die mich vor sich hertreiben, als ob das nötig wäre. Jeden Moment. Ein letzter Aufschrei. Der Wald verstummt. Jedes jeden Moment. Wir fühlen uns, ich spüre. Z Race her. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018